Herzlich willkommen bei Cine macht Auge zusammen mit Gimbal. Ich dachte mir, warum alleine reagieren doppelt macht doppelt so viel Spaß. Der liebe Alexander Prinz aka der Parabelritter, der dunkle Parabelritter, ne? A.k.a. Prinz. Genau. Hat ein neues Video rausgehauen und das Video heißt Der ÖRR beerdigt sich selbst. Und ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Aber ich fand es total interessant, weil er ist ja mittlerweile auch bei Funk mit seinem anderen Kanal. Also er ist Teil dessen. Ich weiß ja gar nicht, ob es eine Kritik ist. Also vielleicht ist ja auch nur eine Feststellung. Kennst du ja, ne? Wir lästern gar nicht. Wir stellen fest. Ich stelle nur Fragen. Ich stelle nur Fragen, genau. Ja, also ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Du auch nicht, ne? Ne, das Video habe ich noch nicht geguckt. Okay, dann steigen wir einfach mal rein. Achso, bevor ich gleich schon wieder ein Bier umschmeiße. Ich mache mal so. Wenn dir was auffällt und du denkst, boah, jetzt will ich was sagen, hämmerst du einfach die Leertaste. Ja. Dann hat der Sendepause, dann reden wir. Okay. Also wenn ich voll meinen Senf dazu beitragen will und muss, dann Leertaste. Leertaste, genau. So, ich bringe ihm das bei. Also Leute, das ist wie jetzt, das ist wie beim Aldi an der Kasse, wenn die gerade eine einarbeiten, eine neue. Oder einen neuen. So, dass dann immer so, dann müssen ja alle sehr geduldig sein, ne? Und dann, was war nochmal die Zahl für das Walnussbrötchen? 6223. 6223. Oh, das könnte ich nicht. Aber ich kann mir, glaube ich, Leertaste drücken, kann ich mir, glaube ich, mehr. Das kriegst du nicht hin. Das ist doch schon mal was. Das ist doch schon mal was. Wir probieren es. Wir gucken mal. Ach Leute, es ist mal wieder passiert. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Öhrer, er baut mal wieder Scheiße. Und ihr wisst ja, wenn es was am Öhrer zu kritisieren gibt, dann bin ich nicht allzu weit entfernt. Und, wie ihr wisst, ist ja mein Hauptkanal mittlerweile systemtreu. Aber hier. Finde ich gut. Auf den Zweitkanal, ne? Da diktiert mir nicht diese seltsame Frau aus der Oka. Oh, jetzt muss ich ganz kurz was ändern. Ich habe letztens hier die Audio-Eigenschaften nicht, dass das gerade ein bisschen verzerrt. Das tut mir gerade leid. Ich hatte den Desktop lauter gemacht. So, gerade gesehen, das war schon ein paar Mal im roten Bereich. Das wollen wir natürlich nicht. Oka mag den Text für den Prompt da. Wie hieß die nochmal? Hier, die gegen die einige immer noch demonstrieren. Widerstand entgegen was? Gegen Merkel. Gegen Merkel! Der Öhr ist in der... Ich stelle dir mal vor, also was muss passieren? Warst du schon mal auf einer Demo? Aber ich weiß es gerade ad hoc nicht. Also nicht so oft, wenn. Offensichtlich nicht so oft, sonst sollte man sich dran erinnern. Genau, dann wüsste ich ja... Das ist ja für mich Step 1, ja? Also Step 1 ist so, warst du schon mal auf einer Demo? Okay, da ist ja schon mal emotional, würde ich sagen, ein bisschen was passiert. Da will man ja für oder gegen etwas demonstrieren. Im besten Sinne, also im besten Falle, genau. Und jetzt stelle ich mir vor, was, wie musst du emotional aufgeladen sein? Da ist ein Interview und er fragt dann dagegen, was demonstrieren sie? Gegen Merkel! So, also... Da musst du ziemlich lange in so einer Telegram-Gruppe, glaube ich, aufgepeitscht worden sein. Also da muss schon echt viel passieren, weil er sah jetzt auch nicht so aus, als würde er jetzt... Also man weiß es natürlich nicht, aber sah mir jetzt nicht so aus, als stünde jetzt gerade so seine Existenz am Abgrund oder so. Das weißt du ja natürlich nicht, ne? Ah, okay, ja. Da weißt du natürlich nicht, was der zu Hause für Probleme hat, aber... Also, keine Ahnung. Mhm. Ja gut, gut. Aber so aggressiv dann da den Reporter anzuschreien, meinst du, was da vorher passiert sein muss? Also ich kann mir das einfach gar nicht vorstellen, dass ich jemals sowas machen würde, außer aus Spaß, aber... ...Kritik. Und die reißt nicht ab. Unter anderem eben fehlende Qualität, ein unendlicher Strom an völlig gleichförmigen Sendungen mit zweifelhaften Wert für die Allgemeinheit. Auf der anderen Seite muss der Irr aber jetzt dringend sparen. Aber anstelle ein paar Lokalmagazine, Dutzend regionale Krimis oder sowas abzusetzen, setzt er den Rotstift an dem an, was nun noch der Irr bieten kann. Kultur. Und das könnte der entscheidende Schritt in die falsche Richtung sein. Aufgrund von Inflation, der Unwilligkeit der Politik, eine Beitragserhöhung umzusetzen und so ein paar anderen nebensächlichen Dingen, wie immensen Doppelstrukturen und in Teilen ausufernden Ausgaben für Verwaltung und Spitzengehälter, muss der Irr jetzt sparen. Und falls Sie da noch Ideen brauchen, also ich hab mir da schon mal ein paar Notizen gemacht, ne? Also so ist nicht. Am Moment, das interessiert niemanden. Da gibt's natürlich tausend Kommissionen dazu. Und Gott sei Dank kosten die Arbeitsstunden, die Menschen in Meetings verbringen ja kein Geld. Jedenfalls eine dieser Kommissionen kam jetzt auf die brillante Idee, wir sparen bei der Kultur. Meinst du, alle Zuschauer kriegen den die Ironie mit? Äh, ich kann das nicht so gut einschätzen, weil ich nicht weiß, wie weit sich die Bubbles überschneiden. Also ich... Ich hab mich gerade gefragt, aber er hat ja gerade gesagt, äh, zum Glück kosten diese ganzen Kommissionen nix. Das war ja ein Witz. Weil der Witz ist ja, das kostet ein Schweine Geld. Äh, wahrscheinlich hast du zig Beraterfirmen, die jetzt da alle hingehen und sagen, und dann, weiß ich nicht, noch mehr, äh, wie heißt das? Ähm, Consulting, Consulting, Consulting. Ja, anstatt dann, ähm, ja, das schmeißt eigentlich noch mehr Geld raus. Äh, und ich hab mich einfach gefragt, weil da sind ja viele kleine Zwinker-Situationen so dabei. Und zwar, äh, in kurzer Zeit. Ja, das gibt's schnell. Viele in kurzer Zeit, deswegen, ja. Und ich weiß halt gar nicht, ob das überhaupt alle mitbekommen, aber, ja. Aber das ist vielleicht ein bisschen wie, wie, äh, Simpsons. Simpsons war ja, ist ja auch so, da war ja immer die Frage, ist, für welche Altersgruppe ist das? Und ich glaube, es ist von bis. Das Simpsons ist komplett paket. Genau, weil, du hast die einen Jokes, die verstehen dann die Kids. Und die anderen Jokes, dann sitzen die Eltern da. Verstehst du? Ja, diese anzüglichen zum Beispiel. ...schaffen den Dreisat ab. 273 Quadrillionen Radiosender, die exakt gleich klingen, aber den einzigen Sender streichen wollen, auf dem noch anspruchsvolles Fernsehprogramm läuft. Okay, ja. Ja, erstens, Bodo Wartke. Aber, genau, das wollte ich gerade sagen, also, den fand ich, den, der ist ja eigentlich witzig. Bodo Wartke ist super. Ist super. Ich finde, der macht, äh, weißt du, der kann das einfach sehr gut, diese Songs, mit gutem Text und so. Ja, und guter Entertainer. War jetzt auch schon wieder so eine Doppelkritik, ne? Ja, also, das ist schon wieder Meta-Ebene. Total, weil er sagt ja, hm? Ja, ne, willst du sagen? Ja, er sagt ja, dass es der einzige Fernsehsender ist, auf dem noch gute Inhalte kommen. Und das ist ja auch tatsächlich so. Und das ist jetzt eben witzig, dass er einen etwas, naja, sagen wir mal... Das wirkt jetzt falsch. ...überbordenden, äh, äh, Ausschnitt einblendet. Ja, aber er wird's wahrscheinlich jetzt nochmal korrigieren. Okay, ja. Erstens, Bodo Wartke ist auch im Internet ein Star. Der braucht den Dreisat gar nicht. Und zweitens, wer braucht einen Sender, wo seltsame Leute seltsame Dinge machen? Ich meine, wie cringe ist das denn? Und drittens, wann habt ihr zuletzt Dreisat geschaut? Thema Weisheit. Okay, ja, also... Ja, gut. Ich meine, das ist so, das ist ein bisschen... Ich find's gut als Einstieg jetzt ins Video, aber man muss natürlich sagen, das ist so ein bisschen... Ich merk das ja selber, wenn ich meine Sendung mache, ne? Du hast ja so eine Entscheidungsgewalt darüber, was du jetzt einblendest, wie das, was du sagst, untermauert wird, ne? Framing. Ja. So. In dem Fall, finde ich, würde ich jetzt sagen, er macht sich ja ein bisschen drüber lustig. Gleichzeitig gibt er ja zu, dass das natürlich nicht so ist. Ja. Das ist schon ziemlich viel Meta-Ebene. Das ist super Meta, ja. Ich find das gut. Aber ob das alle verstehen, aber alle verstehen sowieso nicht alle. Alle oder alles. Alles. So, das sind jetzt schlagende Argumente, den Bums tatsächlich rauszuschmeißen. Bei mir ist es nämlich auch wirklich lange her. Man hat nach einem langen Arbeitstag schon Bock, was Gutes im linearen Fernsehen zu schauen. Sicher, aber warum denn immer so viel Inhalt? Ne, ist natürlich auch Quatsch. Ich weiß wirklich nicht, wann ich das letzte Mal lineares Fernsehen geschaut hab. Aber hier beginnt ja schon ein Grundproblem von Dreisat. Im linearen Fernsehen hat der Sender eine relativ stabile Zuschauerschaft. Etwa 1,4%. In der Liste der Spartensender von ARD und ZDF rangiert es damit kurz hinter ZDF-Hitler-Doku. Ich mein, die ZDF-Info auf Platz 3. Und ist besonders bei der Zielgruppe über 50 Jahren stark. Wobei natürlich auch die Frage zu stellen ist, gibt es in den Öffentlich-Rechtlichen überhaupt eine Zielgruppe unter 50? Außer bei Funk. Die wie viel Cent von diesem Rundfunkbeitrag bekommen? Ja. Dreisat steht tatsächlich besser da als Arte. Also zumindest linear. Wie Arte-Ultras, wie wir wissen, sind die aber super gut im Netz unterwegs. Wer mir auf Twitch folgt, weiß, dass wir da regelmäßig hängenbleiben. Also ihr könnt mir gerne auf Twitch folgen. Da schauen wir Kultur an. So, so. Wir bestätigen uns damit Kultur. Hat man beim Dreisat die Zeichen der Zeit einfach verschlafen? Ha! Und da wird es ein bisschen kompliziert so. Irrmäßig kompliziert. Denn Dreisat hat keinen eigenen Kanal auf YouTube. Denn theoretisch gibt es Dreisat gar nicht. Das ist eine Art Hülle, die von Irrsendern im deutschsprachigen Raum beliefert wird. Ja, das wollte ich mich gerade sagen. Also eigentlich ist Dreisat, meine ich, so eine Resteverwertung oder so. Das wäre jetzt das böse Wort. Da kommen alle möglichen Inhalte zusammen. Dann ist halt die Frage, brauchst du den Sender überhaupt noch? Weil du hast ja Mediathek. Du hast ja YouTube-Formate und so weiter. Das kannst du ja auch da alles veröffentlichen. Brauchst du überhaupt den Sender? Ich wollte jetzt mal einfach bei dir jetzt mal fragen. Guckst du Linear TV? Schon seit, was haben wir, 2024. Schon seit fast, runden was auf. Seit fast zehn Jahren nicht mehr, tatsächlich. Okay, das ist lang. Okay, seit zehn Jahren. Und in der Übergangszeit, also als ich den Chromecast schon regelmäßig mit YouTube bespielt habe, also dem viel besseren Fernsehen. Also in der Übergangszeit, als ich noch lineares Fernsehen geguckt habe, waren es tatsächlich aber Dreisat und Arte. Also es sind wirklich diese beiden gerade eben schon erwähnten Sender gewesen, die mich überhaupt noch, also was ich dann überhaupt noch eingeschaltet habe zu diesem, was die Leute immer so sagen. Man kommt nach Hause, Feierabend, macht sich vielleicht gerade einen Topf Nudeln oder was weiß ich, zack, Fernseher an. Und dann war das sowieso schon mehr oder weniger voreingestellt. Und wenn das eine dann gerade uninteressant war, hat man auch gerade auf den anderen geswitcht. Aber mehr habe ich fast gar nicht mehr gemacht. Und dann habe ich halt irgendwann auch, stimmt, dann ist Arte immer stärker geworden auf YouTube auch, wie er es gesagt hat. Also alles richtig bisher, aus meiner anekdotischen Evidenz kann ich das alles untermauern. Dann bin ich immer mehr davon abgerückt. Und dann ist natürlich auch Dreisat hinten runtergefallen, ganz klar. Und ja, wenn stimmt, die dann verschlafen haben, wobei das hat er nur als Frage gestellt. Er erklärt gerade eigentlich schon, dass es... Ich bin mir jetzt gespannt, was er sagen wird, was nämlich Dreisat eigentlich genau ist. Also wir sehen jetzt hier... Seht ihr das? Jetzt seht ihr das. So, jetzt seht ihr das. Nicht ganz, wir sind noch davor, aber egal. 84 Juli durch ZDF, ORF und SLG. Beitritt der ARD. Sendestart dann da. Intendiertes Sendegebiet. Ja gut, ist klar. Programmanteile der Dreisatpartner ZDF, ORF und so weiter. ZDF liefern jeweils 32,5%. Der ORF aus Österreich steuert 25% bei. Und die schweizerische SRG 10%. Das heißt, dass die überraschend erfolgreich auf YouTube performanten Auftritte von Lisa Eckert beispielsweise, die vom Dreisat linear ausgestrahlt wurden, die sind auf der Plattform auf dem Account vom ZDF zu finden. Ja, ZDF Satire. Ah, okay. Es gibt, ja, es gibt keinen eigenen, sondern, nee, die Frage... Ja, Dreisat hatte, glaube ich, hat aber auch schon diese Philosophengeschichte, glaube ich, gehabt. Das muss ich mal ganz kurz nachgucken. War nicht auch schon, ähm... Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich google es jetzt erstmal so. Ja, mach mal. Du googelst und ich überbrücke hier so ein bisschen mit sinnlosem Rumgelaber, was einfach nur die Zeit überbrückt, bis du es gefunden hast. Ja, aber habe ich gar nicht gefunden. Also war das gar nicht dieses Philosophen-Ding auf Dreisat? Doch, was gibt es da irgendwie so? Lernstunde-Philosophie oder was? Ja, doch, doch. Das ist aus dem Schweizerischen tatsächlich. Ist das nicht auf Dreisat auch gekommen? Naja, vielleicht den Anteil, den die Schweiz an Dreisat beisteuert. Ja, 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 ich glaube schon. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Der fehlt hier noch. Äh, dann warte. Oh, ja! Oh, ja! Dollar! Dollar! Das ist der etwas vehementere, ja, das stimmt. Okay, ähm, ja, ich finde es gerade nicht, aber die Philosophie-Geschichte auch bei, ich meine bei Dreisat. Haben da teilweise fast sieben Millionen Klicks. Und das bringt mich zu zwei Erkenntnissen. Erstens, Dreisat macht also in Teilen offenbar doch ein gutes Programm. Es bekommt nur keiner mit, weil lineares Fernsehen tot ist und digital zahlt es auf das ZDF ein und nicht auf Dreisat. Und zweitens, offenbar gibt es im ÖRR doch deutlich mehr konservative Inhalte, als das manche Kritiker wahrhaben wollen. Aber die sieht halt keiner unter 50. Anyway. Was aber auch klar ist, ist, dass der ÖRR sparen muss. Einer Empfehlung der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, in Klammern KEF, den Beitrag am 1. Januar 2025 von jetzt 18,36 Euro auf 18,94 Euro zu erhöhen, wollen mehrere Ministerpräsidenten nicht folgen. Schon diese relativ... Bauchgefühl, Antwort von dir. Was sagst du, Beitragerhöhung gerechtfertigt oder nein? Einfach Bauchgefühl. Nein. Nein! Merkel! Ich habe da auch ehrlich Bauchschmerzen. Und das sage ich als jemand, der den Sinn und die Notwendigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks total versteht. Und dass ich das auch super gerne neben parallel einfach privaten Sendern gerne hätte. Aber also ich sage das auch ganz gerne mal so oft, wenn man sich da je nach Bubble gar nicht mal so viele Freunde mitmacht. Und zwar, wenn ich jetzt Schauer-Politik-Sendungen zum Beispiel, wenn ich mir das anschaue, Markus Lanz, Maischberger, Tagesthemen, Tagesschau, ja, da gibt es immer mal wieder auch kleinere Berichte oder Nuancen, die ich nicht so gut finde. Aber unterm Strich wüsste ich gar nicht, wo es deutlich besser wäre. Um das mal so zu formulieren. Ich finde zum Beispiel auch so Maischberger, Lanz und so, man kann jetzt sagen, ja, so Politik-Talkshows, was bringt das und so weiter. Aber auch da vielleicht mal ein bisschen Meta gesehen, was mir zum Beispiel auffällt, ist, zumindest finden dort gesittete Gespräche statt. Auf einem gewissen redlichen Niveau. Da wird sich jetzt nicht, also das, was du teilweise, weiß ich nicht, schon, wenn man so den US-Wahlkampf verfolgt, ja, also was man sich da teilweise angucken kann, wie die sich da, ich weiß noch, diese ganz schlimme Geschichte zwischen Trump und Sleepy Joe, die hatten das TV-Duell und dann fingen die da an so auf einmal so, ich spiele besser Golf als du. Und ich dachte mir so, das ist so unwürdig. Und dann muss ich halt sagen, also, dass man, dass du irgendwie einen Sender hast und Politik-Talkshows und so, wo so ein bisschen ein gewisses Niveau einfach gehalten wird, das finde ich super gut. Und das nicht alles irgendwie, weil das ist immer die, das ist die Gefahr, die ich sehe, wenn du alles ins Private rückst, also privates Fernsehen, dann irgendwie wird alles nachher nur noch eine Show. Ja, mit Einlaufmucke und so. Also, ich fand auch geil im Übrigen, dass bei, während Corona hat das ja angefangen, dass die Zuschauer bei Lanz irgendwann weg waren, ne? Und das ist auch dabei geblieben. Bei Lanz sind die Zuschauer nie wiedergekommen. Ach, geil. Und das war total gut. Das hat der Sendung so gut getan. Weil auf einmal der Politiker dort nicht im Studio einfach was sagt, weil er weiß, so, ich hole mir jetzt mal gerade einen billigen Applaus. Funktioniert ja nicht. Ja, kann sein, weil das war immer so, ja, sag halt irgendwie was, was alle gerade irgendwie gut finden oder wo alle irgendwie klatschen müssen. Ja, aber irgendwas mit Zukunft. Ja, Zukunft und jetzt ist die Zeit und bla, bla, bla. Und deswegen, also, ich würde wirklich sagen, so einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der sich total darauf besinnt, zu sagen, wir sind das Maximum Mögliche an seriös. Dieses Neutral bist du nie. Deswegen musst du einfach verschiedene Formate auch anbieten. Du musst halt gucken, bildest du breit ab, hast du alles dabei und so. Aber das fände ich total geil. Aber diese 18,36 Euro, ich glaube, wir haben über, ich weiß jetzt, die Daten, die ich jetzt sage, die bitte nicht, die sind jetzt so, die Zahlen, die ich im Kopf habe. Ich glaube, wir haben über 40 Millionen Haushalte, die den zahlen, den Beitrag. 18 Euro noch was. Also die haben irgendwie, glaube ich, über 800 Millionen Monatsbudget. Ja, deswegen habe ich auch aus dem Bauchgefühl direkt Nein gesagt. Denn ich finde, du musst halt, wenn wir uns hier gerade ein Video darüber angucken, dass der Dreisat abgeschafft wird. Also da muss gespart werden, muss gekürzt werden. Ich weiß nicht, ob wir da ins Henne-Ei-Prinzip kommen. Aber wenn du Zuschauer verlierst oder sonst wie irgendwie nicht zukunftsfähig bleibst, dann solltest du, anstatt die Gebühren zu erhöhen, vielleicht das Programm verbessern. Ja, oder dann halt auch mal wirklich mit einem Stift da rangehen und sagen, okay, wir hatten eben noch ein Gespräch darüber, pre-Stream hier, bevor wir das Video gemacht haben. Da habe ich ja noch mit dir darüber gesprochen, so als Internetkünstler, also was ich ja hier mache, das ist nun mal das, was wir machen. So, man probiert über die Jahre ganz viel aus, so. Und manches funktioniert, manches nicht. Das meiste im Übrigen nicht. Vieles, was ich gemacht habe, ich hatte das Gefühl, war eine gute Idee. Habe es dann online gestellt, habe es irgendwie ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gemacht und musste dann feststellen, ja, hat halt nicht gereicht. Und anstatt dann einfach zu sagen, ja, dann muss ich wohl mehr Geld rein, wo dann, ich muss jetzt, ich muss daran weiter festhalten, kommt halt irgendwann der Punkt, wo du sagst, nee, das ist es glaube ich nicht und jetzt müssen wir weitermachen. Und das ist natürlich die Gefahr bei so einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wenn das Geld halt eh kommt, ja, wenn... Die musst du mal wegstellen, die irritiert doch. Du hast schon zum zweiten Mal fast die Wasserflasche vom Tisch. Ich schmeiße ja alles auf. Ich habe gerade ein bisschen geklungen wie Mois. Ich mich kontrollieren. Egal. Zu viele Memes. Ja, zu viele Memes im Kopf. Aber das ist halt immer die Gefahr, wenn du halt nicht sozusagen dem Markt ausgesetzt bist. Zu krass dem Markt ausgesetzt sein ist auch nicht geil, weil dann... Ja, klar. Dann rennst du nachher nur noch deinem Publikum hinterher. Ja, wie du schon gesagt hast, dass beim Lanz mal die Publikum mal weggelassen wurde, war dann einfach schon ganz gut. Hat dem Format meiner Meinung nach gut getan, ne? Aber jetzt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, also ich habe es gerade nochmal rausgesucht, 47 Millionen Beitragskonten, ja? Jeden Monat. Äh, warte mal, 47... Na, kann man sich nicht die eine Resteverwertungssender da leisten, das ist doch komisch. 47 mal 18,36... 862 Millionen Euro monatlich. Rundet man das nicht eigentlich auf, wären das nicht 863? 863 Millionen, also die haben ein Jahresetat, wenn ich das richtig gerechnet habe, von knapp 10 Milliarden. Das ist ordentlich, oder? Oder nee, eine Milliarde, oder? Ich habe es gerade... Nee, eine Milliarde, oder wie viel? Ja, bei Milliarden muss man aufpassen, wenn man sich da um die Nullerstelle fährt. 800 Millionen, nee, Quatsch, 1000... Nee, nee, 10 Milliarden. 10 Milliarden! Wow! So, und da muss man halt sagen, das ist nicht wenig. Das ist auch prozentual gesehen, wenn du mal bei anderen Ländern guckst, das ist nicht wenig. Und dann einfach zu sagen, bei ganz vielen Formaten, die irgendwie fragwürdig sind, oder generell, die Kritik ist ja nicht ganz neu, dann einfach zu sagen, ja Leute, ich glaube, wir müssen den Beitrag erhöhen. Boah! Schwierig! Ein bisschen schwierig. So, wir gucken mal weiter. Die kleine Erhöhung ist den Sendern sehr wichtig, denn sie müssen durch die Inflation höhere Kosten tragen, bekommen aber nur den festen Rundfunkbeitrag, oder umgekehrt formuliert, für das feste Budget können sie immer weniger kaufen. Die FAZ führt noch zwei weitere Gründe an, warum der Erhöhung sparen muss. Das liegt zum einen an den horrenden Rentenzahlungen, zu denen sie sich jahrzehntelang verpflichtet haben. Das liegt zum anderen am Wildwuchs an Kanälen, den sie jahrzehntelang betrieben haben. Und völlig unklar ist, wie viel genau gespart werden soll. Das hängt auch davon ab, mit welchem Auftrag die zuständigen Bundesländer den Erhöhung ins Rennen schicken. Der Dreisat ist ja nicht das Einzige, was gestrichen werden soll. Nach einigen Beratungen wurde vor kurzem ein Reformstaatsvertrag vorgestellt und der hat es in sich. Tagesschau 24, Phoenix, ARD Alpha und ZDF Info sollen zusammengelegt werden. 20 Radiosender gestrichen werden, dazu später mehr. Wobei ich mich dann auch frage, also jetzt hat er gerade genannt, ARD Alpha ist ja Bildungskanal, Tagesschau 24, okay. Okay, also das wären interessanterweise gar nicht die Dinger gewesen, die ich als erstes so mit Sparmaßnahmen gesehen hätte. Also, vielleicht kommt das noch, aber bis jetzt gab es ja im Prinzip nichts an Unterhaltungsformaten, oder? Ach so, so in Richtung Tralala-Content. Ja, die 2000ste Talkshow, nicht Talkshow, Quizshow. Ja, stimmt. Die ganze, ja, oder Traumschiff versinken. Ja. Oder weiß nicht, also es gäbe ja auch so gewisse Magazine, vielleicht im ZDF, die so schon den einen oder anderen vor Paar gehabt haben. Für besonders viel Aufregung sorgte aber diese Formulierung. In Abstimmung mit den beteiligten öffentlich-rechtlichen europäischen Veranstaltern sollen die Inhalte des Vollprogramms 3SAT teilweise oder vollständig in das Vollprogramm ARTE, der europäische Kulturkanal und dessen Telemedienangebote überführt werden. Also knapp formuliert, 3SAT soll in ARTE aufgehen. Aber klar ist auch, wie die Gewerkschaft der Journalisten DJV warnt, die geplante Zusammenlegung könnte den Weg in die mediale Bedeutungslosigkeit ebnen. 3SAT würde verschwinden und das ausgerechnet, wo sie in wenigen Wochen ihren 40. Geburtstag feiern sollten. Mittlerweile wurde eine Petition gestartet, die zum Zeitpunkt, an dem ich jetzt dieses Video aufnehme, schon über 50.000 Unterschriften hatte. Findet ihr da unten. Zitat, wir brauchen 3SAT als Plattform für kritische Debatten, als Bühne für kreative Vielfalt. Und als Stimme der europäischen Kultur. Das liest man da in der Begründung. Und ich sehe das ehrlicherweise genauso. Wo findet denn im Öhr aktuell noch Kunst und Kultur statt? Ich habe jetzt natürlich keine minutengenaue Auswertung, aber gefühlt nehme ich bei ARD und ZDF nur noch Quiz-Sendung wahr und Bares für Rares. Wir freuen uns. Hast du ja gerade gesagt. Ja, das ist echt geil. Also das ist doch irgendwie merkwürdig. Also dann setzt du den Rotstift echt bei Kultur an. Und vor allen Dingen ja nicht bei einem von den unzähligen Kultursendern. Nee, bei dem. Bei dem einen großen. Keine Ahnung. Nee, also 3SAT und Arte, wenn die zusammengelegt werden sollen, sind die ja offensichtlich doch irgendwie unter demselben. Aber das sind ja nur zwei. Ja. Ist ja nicht so, wir haben zu viele Kunst- und Kultursender. Wir müssen mal unbedingt weniger Kunst- und Kultursender hier durchfüttern. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Und ich brauche auch wirklich keine weitere regionale Krimiserie mehr. Notruf, Castro, Brauxel oder sowas. Danke. Mein Problem am Öhr ist ja nicht, dass wir uns nicht entscheiden dürfen, ob wir Beiträge zahlen oder nicht. Mich stört, dass das Angebot, das dort produziert wird, sich an denselben Marktmechanismen orientieren will wie all die anderen kommerziellen Angebote da draußen. Es gibt keine Daseinsberechtigung für einen unfreiwillig finanzierten Provinzkrimi in einer Welt mit 40 Streaming-Diensten. Ja, natürlich kann es auch auf Netflix passieren, dass eine brillante deutsche Produktion wie 1899 nicht über Staffel 1 rauskommt. Aber der Öhr hat gar keine vergleichbaren Produktionen. Und die Möglichkeit mit Schema F immer und immer wieder das Gleiche an die Öhr-Sender verkauft zu bekommen, führt jetzt halt auch nicht dazu, dass sich Leute mit kreativen Ideen mal durchsetzen können. Spiel. Das ist ja auch wirklich, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Also wenn du da in Richtung gehst, Daseinsberechtigung, was ist überhaupt die Notwendigkeit? Und ich finde immer dann, wenn eigentlich der Öffentlich-Rechtliche genau das macht, was du ja woanders auch bekommst, dann ergibt es ja eigentlich gar keinen Sinn. Ja, eben. Weil dafür bräuchtest du es ja nicht, weil das gibt es ja dann offensichtlich. Also du kannst ja, also ich weiß nicht, irgendwelche Serien, Unterhaltung, die sind ja immer, also ob der vom ÖRR kommt oder von Netflix oder von Prime oder von Apple, ist ja auch scheißegal. Das macht ja gar keinen Unterschied. So, ich will ja beim Öffentlich-Rechtlichen, also die Daseinsberechtigung würde ja dann entstehen, wenn ich dort was bekomme, was ich nirgendwo anders bekommen kann. Absolut. Weil nur das Konzept, dass wir alle sagen, ey, wir bezahlen dafür, damit es etwas geben kann, was es sonst nicht gäbe. Ja. Ganz einfache Regeln. Zum Beispiel einen kritischen Kunst- und Kultur-Sonstersender. Genau. Der sich wahrscheinlich vielleicht nicht durchsetzen würde. Und genau den muss es geben. Aber weiß ich nicht, die 5000. Quizshow. Eine gute Quizshow funktioniert auf jedem Scheiß-Sender. Das ist wahrscheinlich komisch eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ne? Mhm. Merkwürdig. Filme, Krimis etc. sind niederschwellig, jederzeit abrufbar, Quizshows oder irgendein anderer belangloser Zeittotschläger auch, dank des Internets. Was es aber viel, viel schwerer hat, sich selbstständig im Netz zu verbreiten, ist Kulturen. Ich muss es euch jetzt nicht herleiten, dass Pranks, dumme Challenges, Reality, Müll und Beef 90% der Reichweite im Internet ausmachen. Kunst und Kultur braucht Förderung. Das war schon immer so. Und hier ist es die Aufgabe des Öhr, einen Zugang zu schaffen, möglichst niederschwellig. Hätte ich ein Mikrofon, ich würde es jetzt droppen. Mic Drop. Mann ey. Ja, Zustimmung. Zustimmung. Ja, dazu gehört Kabarett, aber vielleicht auch eine Theateraufzeichnung, ein Konzert, vielleicht sogar Ballett, auch wenn ich selbst damit wirklich nichts anfangen kann. 80 Jahre alte surrealistische Kinofilme, genauso wie philosophische Gespräche, also von echten Philosophen, nicht Leuten wie Precht. Talkshows unter... Hey, den Disc nehme ich nicht. Precht redet schon manchmal, scheiße, das stimmt, aber der hat auch viele Aussagen, die ich sehr gut finde. So fair muss man sein. Ich habe mich auch mal irgendwann mal in meiner Sendung mal ein bisschen durch den Kakao gezogen. Aber da bleibe ich bei. Also er redet viel und ja, man könnte jetzt ihm wahrscheinlich auch mal ein bisschen Arroganz vorwerfen und man könnte sagen, er hört sich auch am liebsten selber reden, aber ganz ehrlich, das machen alle Streamer und Menschen, die Podcasts machen und so. Das ist jetzt keine Weltneuheit. Aber ich finde, er hat auch viele Aussagen da, die sind sehr gut formuliert. Und ich finde ihn tatsächlich, ich höre mir gerne den Podcast Land zum Precht an und ich muss einfach sagen, ich finde, er hat manchmal auch einfach einen guten Humor. Also der haut manchmal Sachen raus. Du, ich habe den jetzt ewig nicht mehr gehört oder gesehen. Ich habe den ganz gerne damals noch bei, der war ja auch öfter mal bei Jung und Naiv im Interview. Das waren ja auch immer ganz schöne Brecher-Formate, aber die habe ich mir auch dann ganz reingezogen. Aber bin so ein bisschen raus irgendwie aus dem Game. Weiß ich nicht. Einfach mal uns gezeigt, so. Weil wir auch gut reden können. Nicht so wie Precht. Dieser Prämisse zu verkaufen, das ist jetzt politische Bildung für die Masse in Deutschland. Das ist ja eine absolute Katastrophe, dieser Wildwuchs politischer Talkshows, bei denen man am Ende zu keinem Ergebnis kommt, es kein Fact-Checking gibt währenddessen. Nein, wir gehen jetzt nicht in die Fundamentalkritik über. Wir bleiben bei der Kultur. Viele Menschen leben vielleicht nicht in einer Großstadt, direkt neben dem Opernhaus. und bekommen eine Jahreskarte geschenkt. Ja, ist nämlich ziemlich teuer. Und trotzdem, finde ich, sollten auch Sie Zugang zu der Kultur haben, die einen nicht unwichtigen Teil unseres Landes mitgeprägt hat oder nach wie vor ausmacht. Wenn man den Horizont der Menschen erweitern will, muss man ihnen den Zugang zur Kultur ermöglichen. Wir schimpfen uns in Deutschland doch immer als Kulturnation. Aber der Zugang zu Kunst und Kultur wird immer weiter zurückgefahren. Ihr Wert in der Öffentlichkeit immer weiter minimiert. Sie wird unsichtbar. Autorin Sibylle Berg hat es für mich in einem Tweet auf den Punkt gebracht. Es ist durchaus sinnvoll, einen der beiden brillanten, linearen Sender einzustellen, die es noch gibt. Wer braucht Bild- und Kulturwissenschaft gute Filme, wenn Sport und Liebeschnulzen geeigneter sind, um Menschen zu verblöden? Ich finde. Noch ein Mic-Drop. Na, auf jeden Fall noch ein Mic-Drop, ja. Ich will da auf eine Sache rein, wo er eben ganz kurz vor der Fundamentalkritik war, wo er meinte, was bringen diese Talkshows, wo am Ende sich eh nicht auf irgendwas geeinigt wird, sondern jeder seine Position nur klar macht. Ich verstehe das und ich sehe das, habe das auch häufiger auch schon mal so selber empfunden, aber es ist ein Stück weit unbefriedigend, wenn du dann irgendwie dann guckst in Maischberger und dann, wobei sie das auch noch ein bisschen geändert haben. Also das Maischberger-Konzept ist jetzt schon ein bisschen anders geworden. Die laden jetzt nicht mehr vier Politiker ein und lassen sich gegeneinander anschreien, sondern die hat dann im 1-in-1-Gespräch mit einem Politiker und danach geht sie in eine Runde, wo dann zum Beispiel zwei, drei Journalisten sitzen und vielleicht noch irgendwie ein Moderator oder irgendwas. Also das heißt dann, das ist schon ein bisschen, also da haben die sich mal was überlegt, wie man das besser gestalten kann. Ja, und ich will auch hier ganz klar sagen, dass ich das hier auch wieder etwas, die Formulierung muss ich mir in Zukunft auch mal was Besseres für überlegen, Meta betrachten, also mehr als das Offensichtliche und zwar einfach, dass ich hatte es eben schon erwähnt, dass du zeigst, wie sich Menschen zu Themen unterhalten, debattieren und dabei aber einfach stets höflich bleiben, selbst wenn sie sie in der Sache hart kritisieren, dass man auch ein bisschen mal so vorbildmäßig zeigt, wir werfen uns jetzt nicht das Allerschlimmste gegenseitig ständig an den Kopf. Also das, was du ja bei Social Media und in den Kommentaren hast, du ja im Prinzip den totalen Sumpf. Jeder unterstellt dem anderen nur noch das absolut maximal Böseste, ständig Strohmann-Argumente. Also du unterstellst dem anderen so, dass er was, du willst doch sagen das, oh krass, wenn du das sagst, dann bist du doch das. Dass man einfach mal sagt, nee, so nicht, man kann Sachen auch debattieren und ich finde diese Botschaft, die damit gesendet wird, die finde ich nicht unwichtig und das könnte man meiner Meinung nach sogar noch intensivieren. Also einfach bei, deswegen wünschte ich mir auch so ein geiles Format, irgendwie im Öffentlich-Rechtlichen, so richtig brutale Kulturkampf-Themen, wo alle irgendwie voll am Austicken sind, also im Internet, die dann so sachlich, nüchtern, abwägend wie möglich mal zu bequatschen und in jede Richtung vielleicht auch mal einen lustigen, flapsigen Spruch machen, aber dann auch wieder zeigen, dass man auch das zeigt. Also das ist auch so ein bisschen, was ich ja mit meiner Sendung versuche, dass man so zeigt, hey, man kann auch die heißen Eisen anpacken, also es muss möglich sein, alles andere sehe ich nicht ein. Und da habe ich mich ja schon mit ARD-Chef Kai Gniffke auf Twitch gestritten, was ein sehr weirder Satz ist, wenn ich es mir mal so durch den Kopf gehen lasse. Ich finde, dass wenn überhaupt der Rotstift am Programm angesetzt werden sollte, dann im Bereich der Unterhaltung. Denn, dass wir den Bereich Informationen dringend brauchen in dieser Zeit, das liegt auf der Hand. Dreisat war für den früheren ZDF-Chef Dieter Stolte die Alternative für anspruchsvollere. Und das ist... Die Sätze, die mit... Die Alternative anfängen, sind aber auch mit Vorsicht zu genießen. Das ist aus meiner Sicht eben auch ein Auftrag des ÖAR. Formate finanzieren, die es im privaten Rundfunk nicht geben würde. Anspruchsvolle Sendungen, Kultur, Nachrichten. Sehen wir doch mal ehrlich. Gäbe es den ÖAR nicht, würde es sich ja auch für Sat.1 oder RTL lohnen, irgendeine Art Tatort mit Werbepause zu produzieren. Oder Netflix schließt einfach die Lücke, die da entsteht. Ich will sagen, wir brauchen den ÖAR nicht, um gemeinsam, aus eigener finanzieller Kraft, mittelmäßige Krimis zu produzieren. Im ÖAR wird ja immer mit Quote argumentiert. Ja, die Leute schauen halt lieber die Rosenheim-Cops oder das Champions-League-Finale, als die politischen Magazine mit ihren anstrengenden, weil ernsten Themen. Also dieses Argument mit Quote habe ich beim öffentlich-rechtlichen noch nie verstanden. Weil das ist so voll der Hybrid, der da aufgemacht wird. Also du sagst auf der einen Seite, wir brauchen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk um neutrale bla 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 und dann aber, was macht denn die Quote? Ja, das macht tatsächlich einfach gar keinen Sinn. Entweder du bist ein Wirtschaftsunternehmen und kannst nur das senden, was wirklich alle gucken wollen, also der Inbegriff von Quote. Oder du sagst eben hier Flatrate. Flatrate für wichtige Programme, die immer einmal die Woche kommen müssen. Egal wie viele zuschauen. Und wie dieses Programm gestaltet wird, dafür brauchst du dann so Rundfunkräte und das kann man alles auch schlau besetzen. Was auch immer. Gibt da auch wahrscheinlich nie das perfekte Konzept. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Das wird es wahrscheinlich nie geben. Aber das ist doch das, wofür du es brauchst. Weil wenn du am Ende auf Quote guckst, ja, also stellen wir uns über, treib es auf die Spitze, dann weißt du, was das Problem an diesem Argument ist. Stellen wir uns vor, die kriegen das perfekt hin. Also sie schaffen das mit diesem Rundfunkbeitrag Programm zu machen, was unglaublich viel Quote macht, ja, dann würde es das auch im Privaten ohne das geben. Weil das hätte ja unglaublich viel Reichweite und dann könnte man ja werbefinanziert oder durch Bezahlsystem, also durch freiwilliges Bezahlsystem. Es würde ja funktionieren, weil die Nachfrage ist ja da. Also genau dafür. That's it. Das ist komisch, ne? Man hat sich schon so dran gewöhnt. Aber dass es immer, irgendwas entsteht und dann wächst das und wächst das und wächst das und irgendwann kannst du das Ding ja auch nicht mehr einfangen. Also das ist wie mit dieses, bei Jungen Naiv war das ja auch, war das dieser Knifke eigentlich? Weiß gar nicht. Wo die dann auch über sein Gehalt geredet haben und so und wenn du dir das ganze Gespräch bei Jungen Naiv mal anschaust, dann merkst du, die sind gar nicht mehr in der Lage, das eigene System überher in Frage zu stellen, weil die Antwort ist immer so schon, also die Argumentation ist immer mit etwas, was ja schon so ist. Ja. Weil es so ist, ist es so. Weil es so ist, ist es so. So. Aber das ist so, da fehlt ja völlig die Fantasie zu sagen, ja, aber stell dir mal vor, dein Job wäre weg. Ja, stell dir vor, ich habe auch keine Garantie, du hast auch keine Garantie für unsere Jobs, wir haben die nicht. Wie kann das denn sein, dass das woanders so sein soll? Natürlich kann irgendwann jemand ankommen und sagen, könnte vielleicht sein, dass wir tausend Jobs zu viel haben, die wir gar nicht brauchen. Ja, dann müssen die sich halt umschauen, dann müssen die wüssten, das ist halt so. ...Argumentation für teure Sportrechte ist, dass sich in den Fußball, Biathlon und Olympiapausen prima Nachrichtensendungen verstecken lassen. Ja, fantastisch, wir haben höhere Einschaltquoten für etwas, was die Leute gar nicht sehen wollten. Glückwunsch, richtig wertvoll und nachhaltig. Diese ganze Argumentation zieht nicht, wenn andere das Angebot leisten könnten, weil es lukrativ ist. Um die Sportübertragung prügelt man sich, weil alle anderen das ja auch gerne machen würden. Ziel des ÖHR sollte es aus meiner Sicht sein, das zu produzieren, was es im Privaten nicht geben wird, weil es nicht lukrativ ist. Ich sag's nochmal. Anspruchsvolle, nischige Kultursendungen, die vielleicht auch mal sperrig sind. Aufwendige, tiefgründige Dokus, gut recherchierte Informationen. Für solche Dinge brauchen wir den ÖHR aus meiner Sicht. Ganz dringend. Ansonsten... Unzinanswoche. ÖHR finanziert. Kann ja noch kommen. Kann ja nochmal. Mal sehen. Ey, ich wär offen dafür. Ansonsten werden wir doch sowieso schon mit billigem Müll überschüttet. Wer braucht denn da noch mehr Schüttrampen? Ich will aber dann den Sendeplatz direkt vor ZDF Magazin Royale. Vor, okay. Ja, vor. Dann sag ich so, ja, gut, dass ihr eingeschaltet habt, bis jetzt durchgehalten habt. So, und jetzt... Ui, danach abschalten. Der ÖHR ist nicht mehr wie früher das einzige Lagerfeuer, um das man sich versammelt. Er muss nicht mehr gewährleisten, dass die Menschen überhaupt in der Lage sind, Medienangebote zu bekommen. Denn Medienangebote sind überall mittlerweile. Jetzt müssen sie leider mit anderen konkurrieren. Aber sie haben ja keine Konkurrenz, weil sie ihren Gehaltscheck ja sowieso immer bekommen. Die Konkurrenz ist jetzt aber nicht mehr nur Privatsender in Deutschland. Die Konkurrenz sind jetzt internationale Plattformen. Und es gibt schon einen Grund, warum die Kritik an der Qualität immer größer wird. Weil bei der Qualität der Unterhaltung können sie nicht mithalten. Und das führt mittelfristig in ein absehbares Ende. Meine Generation wird nicht mehr aus Gewohnheit irgendwas im Fernsehen schauen, damit es einfach läuft. Wir sind doch schon weg. Ich verstehe nicht, warum das da scheinbar... Wir sind doch schon weg. Ey, das kann doch nur noch eine kleine Minderheit sein, die echt nur den Jahresfernsehen einschaltet. Wir sind doch schon weg. Und guck mal, er ist zehn Jahre jünger als wir. Ja. Und selbst wir Oldies, da merkst du das ja schon, oder auch noch ältere, das dauert vielleicht länger, aber sogar die gehen ja weg. Also selbst die gucken das ja nicht mehr. Gucken on demand oder so. Also Mediathek, weil das ist dann auf einmal, dann brauchst du das ja nicht, sondern die Sendung kommt ja dann, also guckst halt bei YouTube irgendwas. Ja und du guckst es dann, wenn du Zeit dafür hast vor allen Dingen. Genau. Aber keiner versteht. Ich möchte jetzt mal aus der Perspektive eines Unternehmers auf YouTube sprechen. Man könnte Zuschauer zurückholen und binden, wenn man Needs erfüllt. Der Irr kann Standards an Qualität von Information und Kultur setzen. Die Konkurrenz kann das aus Kostendruck nicht. Oder aus personeller Struktur. Da sind ganz stark die Qualitäten des Irr. Die Taz schreibt, als anspruchsvoller Rezipient sehnt man sich geradezu nach Information und Sachlichkeit. Eben auch und gerade im Bereich der Kultur. Außerdem wäre eine Selbstreflexion des öffentlich-rechtlichen Fernsehens über seine gesellschaftliche Rolle gerade derzeit unglaublich wichtig. Ich mache auf YouTube auch keine Millionen Klicks mit immer dem trendigsten Trottelthema. Aber ich bin seit zwölf Jahren mit meinem Hauptkanal am Start und erreiche Hunderttausende mit Analysen und Politik. Und was ist denn wertvoller? Ein Programm, das eine Million Menschen erreicht, die sich dann denken, lol, oder ich hätte nicht geahnt, wer der Mörder ist. Oder eins, wo hunderttausend Menschen danach denken, ich habe endlich verstanden, das oder die Perspektive hatte ich ja noch gar nicht. Das hilft mir jetzt. Wir haben doch gerade bei den Wahlen in Österreich gesehen, dass auch dort rechte Populisten klar stärkste Kraft geworden sind. Auch in der Schweiz steht der ÖAR unter Druck. Ist es in der Zeit nicht besonders wichtig, länderübergreifend zu berichten, auch für das Verständnis der Nachbarn untereinander? Ich finde das schon. Ja, also ich stimme ihm bei ganz, ganz vielem zu. Ich würde nur, ich sehe ein großes Problem. Und zwar, selbst wenn du jetzt da irgendwie Berater drin hast und so. Und das ist dieses klassische Phänomen eben, wenn du nicht vom Markt abhängig bist. Wer fängt denn jetzt mal an, an seinem eigenen Stuhl zu sägen? Also wer macht das denn? Also wenn du jetzt weißt, es ist ein Sparprogramm. Es ist diese, es ist, weil es so ist, Argumentation. Weil das immer schon so war, bleiben wir auch bequem im Stuhl sitzen. Ja, aber auch selbst wenn du es eingesehen hast. Selbst wenn du es verstanden hast, dass wir den ÖAR vielleicht umstrukturieren müssen. Und du bist da beschäftigt. Du wirst doch einen Teufel tun, irgendwas zu machen, wo du nachher zum Ergebnis kommst. Ja gut, dann bin ja ich weg. Keine monatlichen Einnahmen mehr. Das macht ja keiner. Und das ist natürlich eben dieses große Dilemma. Manche würden sagen, grundsätzlich irgendwie, ich weiß nicht, geht das schon in Richtung Kommunismuskritik? Ich weiß es nicht genau. Also, dass du in dem Moment, wo einfach der Paycheck auf jeden Fall kommt und du bei jeder strukturellen Veränderung, also wenn du sagst, du musst jetzt den ÖAR eher schlanker machen. Das heißt am Ende, irgendwie Stellen müssen abgebaut werden. Und wer fängt denn damit an? Warum? Weil bei einem Unternehmen würde dann irgendwann der Unternehmer sagen, okay, ich muss jetzt das machen, sonst geht ja mein Unternehmen pleite oder wir rasen in die Insolvenz. Und dann hast du halt betriebsbedingte Kündigungen und so weiter und so fort. Aber wer macht das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Das weiß ich halt nicht. Da kenne ich mir jetzt die Strategien, also die Strukturen kenne ich nicht so genau. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das, also, gewinnst ja damit auch nichts. Gewinnst ja nichts. Also, in der Bevölkerung vielleicht, aber du persönlich profitierst davon nicht. Macht man das, dass es irgendjemanden interessiert? Frag doch einfach mal die jungen Medienmacher und Medienmacherinnen, die selbstständig sich durchschlagen. Ja, mit ihrem eigenen Geld, das sie erwirtschaften durch das, was sie tun und mit Dingen erfolgreich sind, die nicht strunzblöde sind. Es gibt da einige da draußen. Lasst euch doch mal von der nächsten Generation inspirieren. Dann kann man möglicherweise auch mit Kultur und langweiligen Inhalten viele Leute erreichen. Wobei, Moment. Das ist vermutlich in diesem System unmöglich. Ich zitiere jetzt mal. Innerhalb der Sender wurden Mechanismen entwickelt, in denen die Verantwortung einzelner Redakteure einem allgemeinen System geopfert wurde, das nach Kriterien des vermeintlich objektiven Erfolgs entwickelt wurde. Immer mehr Redaktionen wurden in die Abstimmung einzelner Entscheidungen involviert. Der Anforderungskatalog an Themen und ihre Umsetzung wurde immer größer. Der Wust von Kriterien, Tabellen und Punkte, Plänen unüberschaubar. Der Planungsvorlauf, bis ein Projekt überhaupt zur Produktion kommt, verlängerte und verkomplizierte zum Teil auf absurde Weise. Hier haben die Redakteure inzwischen gelernt, dass sie nicht weit kommen, wenn sie eigenen Kriterien oder gar einer kreativen Leidenschaft folgen. Ja, und nach außen schiebt man sich gegenseitig den schwarzen Peter zu, aber es kann ja auch gar nicht daran liegen, dass man selbst vielleicht Fehler macht. Nein, 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 nein. Stattdessen wird man nach Strich und Faden belogen. Denn wir müssen mal ganz kurz drüber reden, was dieser Reformstaatsvertrag eigentlich ist. Erstens, nirgendwo stehen Preise dran. Wie viel mit welcher Maßnahme gespart werden kann, ja, das kann man so nicht wissen. Dreisat hat ein jährliches Budget von 90 Millionen Euro. Das ist ja nicht viel. Also ich habe ja eben, also meine ich zumindest, wenn wir sagen, die haben dann 10 Milliarden Jahres. Ja gut, ich meine, was heißt nicht viel, also alles was spart, spart irgendwie. Aber ich habe jetzt irgendwie gefühlt, da habe ich jetzt gerade gedacht, das wäre nicht so viel. Aber keine Ahnung, wäre das ad hoc einzuordnen. Das ist viel Geld. Bei 10 Milliarden Euro. Okay. Ja, für dich ist das vielleicht viel Geld, Alex, oder für mich, ja. Euro Jahresbudget, das Irr, ist es dann aber nicht mehr so viel. Achso, warte, warte, warte. Euro Jahresbudget, nur ein Euro. Das ist viel Geld. Bei 10 Milliarden Euro Jahresbudget, das Irr, ist es dann aber nicht mehr so viel. Meine Reaction ist richtig viel wert, wenn ich ihm mal was sage, was er dann genau sagt. Ja, ich will das jetzt hier nicht aufmachen, das Fass, aber das ist genau das, was ich so total Banane finde. Ich meine, einerseits ist es natürlich irgendwie auch gut, dass man so sieht, okay, wir waren jetzt auch nicht ganz blöde. Also man hat sich da schon so die ähnlichen Gedanken gemacht oder ist schon vorab zu ganz ähnlichen oder sogar demselben Ergebnis gekommen. Respekt. Das ist die positive Erzählung. Jetzt hau mal richtig rein. Ja, wirklich, so ein Video halt zu gucken, ständig zu unterbrechen, selber dann schon zu vermuten, was dann nachher noch gesagt wird. Ist mehr so, finde ich, das heißt Gehirnfick, ist aber eher mild. So in die Richtung. Vielleicht ist das der Grund, warum ich sowas selber nicht gucke. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde, ich habe da auch wieder eine zweigeteilte Meinung. Also klar, wenn du jetzt, wenn du, ich gebe dir recht, wann das nicht so geil ist, wenn du dich sofort reinsteigerst und ihn jetzt zum Beispiel angehen würdest. Es gibt ja so Hate-Watching-Reactions. Ja, ja, okay. Die haben gesagt, hä, was labert der da? Was bist du für ein Arschloch? Ja, könnte man so. Und dann kurz danach denken wir. Genau, und dann hat er ja relativiert. Und dann sitzt man da aber ganz beschämt und sagt dann dazu gar nichts. Lässt es einfach laufen und sagt so, scheiß auf mich, merkt es keiner. Das mache ich ja nicht, sondern ich versuche ja, Argumente mitzudenken. Vielleicht fällt mir was ein, was er nicht auf dem Schirm hatte. Jetzt hatten wir es ein paar Mal gerade so, dass ich was gesagt habe und er hat es genau gesagt. Das war schon geil. Aber auch hier, da könnte man sagen, das ist im schlimmsten Falle, ist es Zeitverschwendung, weil die Erkenntnis ja vielleicht durch das eine schon da gewesen wäre. Allerdings muss ich hierzu sagen, als jemand, der extrem viele Tutorials in seinem Leben produziert hat, ich habe sehr viele Musikproduktionstutorials gemacht, habe mich sehr viel auch mit Didaktik, also wie bringt man Inhalte bei. Und einer der entscheidenden Faktoren ist Wiederholung. Deswegen funktioniert auch ganz häufig, es gibt ja dieses Blinkist, was dir diese Bücher zusammenfasst in so einem Audio-Ding. Und ich bin mir relativ sicher, dass so die Erkenntnis daraus ist, wenn du das eigentliche Sachbuch, was irgendwie 300 Seiten hat oder so, in 5 Minuten Audio-Kommentar zusammenfasst. Und dass einem dann, der sich das anhört. Dann hat er nicht die gleiche, die gleiche Erkenntnis, nicht denselben Erkenntnisgewinn, wie jemand, der das ganze Buch gelesen hat. Als Rekapitulation, das Wort voll verkackt. Wow, ich sehe gerade, da muss ich kurz reingrätschen. Ich sehe gerade, Jay hat mich geradet. Damn, Junge, sehr nice, danke dir. Wir sind mitten in einer Reaction und zwar zu Alex Prinz. Und er kritisiert den ÖAR. Und gerade machen wir uns Gedanken, wie sinnvoll überhaupt Reactions sind, wenn man ständig eigentlich nur das wiederholt oder schon sagt, was gleich die Person im Video auch sagen wird. Ja, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ich habe gesagt, wenn man kein Hate-Watching betreibt, also wenn man jetzt nicht hier die ganze Zeit nur sitzt und den netten jungen Mann, den wir hier sehen, ständig beleidigt, sondern einfach sich mit Gedanken macht und man sich dann vielleicht auch mal wiederholt inhaltlich, dann ist das gar kein Problem. Weil durch Wiederholung lernt man ja eben auch. Und in dem Sinne gehen wir, glaube ich, mal wieder weiter rein. Genau, wir gehen weiter rein und sagen ganz, ganz, ganz vielen Zuschauern herzlich willkommen hier im Stream. Wir haben noch sieben Minuten vor uns und danach widmen wir uns auch sofort wieder dem Chat. Und streicht man Dreiseit jetzt weg, dann werden die 90 Millionen ja nicht einfach so frei. Es gibt ja laufende Verträge, Produktionsstandorte, die bezahlt werden müssen und, und, und. Das Budget enthält auch zu einem großen Teil sogenannte Gemeinkosten, mit denen sich der Kanal rechnerisch an Studios, Technik, Verwaltung und Ähnlichem beteiligt. Zweitens, die Verwaltung des Öhr wird nicht kleiner, nur weil Dreiseit aufhört zu existieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Also du streichst jetzt einzelne Programminhalte, aber eigentlich an der großen Struktur, da gehst du ja nicht dran. Ja, eben, haben sie ja eben schon, genau, für alle neun auch gerade, wurde eben schon groß gesagt hier, dass da ein System geschaffen wurde, was Mechanismen beinhaltet, die selbsterhaltend sind, sagen wir es mal so. Ja, genau, also das am eigenen Stuhlbein sägen, das ergibt halt einfach für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk leider keinen Sinn. Müsste also eigentlich mal am großen Rad drehen. Es gab mal eine Reformbewegung innerhalb der ARD, die die acht Landesrundfunkanstalten auf vier zusammenlegen wollte. Nord, Ost, Süd und West. Kleinere Sender, also... Genau, wir sehen das ja hier, also du siehst ja schon, wie viele Bereiche das da gibt. Er hier gehört ja zum MDR. Wir, wenn uns der öffentlich-rechtliche Rundfunk haben wollen würde, dann wäre das der WDR für uns. Ja, und man hätte jetzt natürlich auch sagen können, okay, wir machen das mal ein bisschen weniger zerklüftet und machen das einfach in vier Bereiche. Saarländischer Rundfunk, Radio Bremen, der Mitteldeutsche Rundfunk und Radio Berlin-Brandenburg werden dadurch in größere Konstruktionen verschmolzen. Und die Idee wäre so, in der Verwaltung zu sparen, um mehr Geld für das Programm zu haben, um dann wieder konkurrenzfähiger zu sein. Ihr versteht, was ich meine. Aber ihr wisst ja, sagt mal einer... Moment, der konkurrenzfähiger? Meint ihr das jetzt gerade ernst? Weil eben hat er ja auch gesagt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss ja gar nicht konkurrenzfähig sein. Genau, außerhalb der Konkurrenz stehen, ja. Eigentlich schon, ne. Er muss sich ja gar nicht an den privaten Sendern messen. Er muss einfach etwas abliefern, was die anderen nicht können. Verwaltung, sie soll sich selbst reduzieren. Ja komm, setz mal erstmal eine Kommission ein, die dann ein Gremium einberuft und so weiter und so fort. Wir beobachten es ja. Seit Jahren wird im Klein-Klein irgendwie versucht, den Öhr in seiner aktuellen Struktur zu halten. Ein Beispiel. Der MDR hat bei mir in Halle ein ziemlich großes Bürogebäude mitten in der Struktur. Das ist nicht schlecht. Ja. Und dann hat er bestimmt seinen Funkvertrag bekommen, ne. Und dann kam er da erstmal hin und dann hat er gesagt, ich finde den Öhrer jetzt eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Herr Prinz, hier, ein Glas Champagner. Willkommen im Club. So stelle ich mir das vor. Der MDR soll mich mal einladen. Und wegen Corona, aber auch weil ein paar Bereiche neu zugeschnitten wurden, ist das mittlerweile zu groß für die Menschen, die da noch arbeiten. Da steht eine ganze Etage leer. Und weil es in Magdeburg noch einen zweiten großen Standort in Sachsen-Anhalt gibt, könnte man den in Halle ja theoretisch streichen. Oder den in Magdeburg, weil wer will schon nach Magdeburg. Das hatte der Chef des MDRs auch mal der Land. Das habe ich eben, ich habe ihm irgendwann mal privat geschrieben, bei Instagram habe ich geschrieben, da meinte ich so, du kommst doch aus Magdeburg, oder? Und er so, was? Nein! Achso, sorry, sorry. Nein, er so, Halle. Ich glaube, Halle, ne. Und er so, wie, Magdeburg? Und ich sage so, okay, habe ich irgendwas verpasst? Ist das so ein Ding bei Magdeburgern und Halle-Saarland? Also ich kenne mich da nicht so aus. Kann gut sein. Müssen uns Magdeburger und Hallen da mal in die Kommis reinschreiben. Genau, müssen die uns mal erklären. Oder in Chat. Noch ist es ja Chat und später sind es Kommis. Ist das sowas wie, wenn du einem Kölner sagst, du bist ja aus Düsseldorf, oder? Das ist so ähnlich, glaube ich. Ja, glaube ich auch. Da kriegt er dir links, rechts ein. Was lagerst du? Ja, was, da kriegst du volle Schelle links oder rechts. So, was jetzt hier? So, weiter geht's. Wir haben es gleich geschafft. Anfällig Politik vorgeschlagen. Wenn die Politik Einsparungen will, muss sie vielleicht auch über Änderungen im Staatsvertrag und die Schließung eines Standortes nachdenken. Denn, und jetzt ist es wieder tricky, der MDR kann gar nicht einfach einen Standort schließen. Das muss erst von den zuständigen Ländern beschlossen werden und das Parlament in Sachsen-Anhalt, das wäre ja schön doof, den Standort in Halle zu streichen. Da würden ja gut bezahlte Arbeitsplätze und damit Wirtschaftskraft und Steuereinnahmen wegfallen. Die in Thüringen, die können doch besser sparen, oder? Will sagen, es hat halt auch wieder was mit Föderalismus zu tun. Auch die Politik muss sich bewegen und die spielt gerade eben ein scheinheiliges Spiel. Das Budget des Öhr wird von der KEF festgelegt. Das ist diese unabhängige Kommission, die unter anderem mit Leuten von den Landesrechnungshöfen besetzt wird. Erbsenzählern. Die Sender melden an die KEF, wie viel Geld sie gerne hätten und warum. Das rechnet die KEF dann nach und kommt eigentlich immer auf einen viel geringeren Bedarf und sagt dann, damit müsste jetzt auskommen. Und aus diesem Budget, das die KEF errechnet hat, ergibt sich die Höhe des Rundfunkbeitrags. Der muss dann eigentlich von den Landesparlamenten beschlossen werden. Und die Länder dürfen von diesen Empfehlungen ohne ausreichende Begründung eigentlich nicht abweichen. So hat es das Bundesverfassungsgericht zuletzt nochmal festgestellt. So soll nämlich verhindert werden, dass die Politik über das Budget Einfluss auf den Öhr nehmen kann. Aber jetzt sind ja eigentlich... Ja, das ist aber auch echt krass, wie viel du da bedenken musst. Also wenn du jetzt das schneller wahrscheinlich umsetzbar machst und dann auch irgendwie vielleicht die Politik das schneller kürzen kann, dann könnte sie ja natürlich auch wieder Druck ausüben. Weiß ich nicht. Also in meiner Vorstellung ist dann so, ja, überlegt mal, was ihr für Inhalte macht. Sonst finden wir euch vielleicht nicht mehr so duftet. Ah, es ist schon... Ist tricky. Sagt er, ja. Immer irgendwo Wahlen und der Öhr steht durch einen Haufen eigener Fehler und weil er so wunderbar populistisch angreifbar ist, politisch halt unter Druck, kurzum. Die Länder wollen die Beitragserhöhungen unbedingt vermeiden, weil jede Erhöhung Wählerstimmen kosten könnte. Und deshalb kam es jetzt zu diesen Reformvorschlägen, die da auf diesem Tisch liegen. Und die zweifelhafte Hoffnung ist, wenn durch die Reform genug gespart wird, dann braucht es am Ende gar keine Beitragserhöhung. Jetzt hat sich die KEF schon mal die Mühe gemacht und schon mal geschaut, was die Reformvorschläge finanziell denn dann wirklich so bringen würden. Und ein Sondergutachten kommt laut Übermedien zu dem Schluss, dass die Reformpläne am Finanzbedarf der Sender bis 2028 wohl kaum etwas ändern. Es ist also viel Presse für die politischen Parteien, die sich damit die Gunst der Wähler sichern wollen. Und auf der anderen Seite quasi gar keine echte Verbesserung. Nur, dass dafür dann eine der letzten Bastionen der anspruchsvollen Kultur auf dem Altar der politischen Ränkespiele geopfert wird. Leute, ich finde das verheerend. Zumal auch insgesamt eine völlige Planlosigkeit im Irr herrscht, wie das System zukunftsfest gemacht werden könnte. Ich hatte es ja schon angedeutet, es sollen ja 20 Radiosender oder so wegfallen. Angesichts von 74 Sendern insgesamt ist das auch keine ganz schlechte Idee. Der hessische Rundfunk, der hat das jetzt aber mal ausbuchstabiert, was das heißen sollte. Und da sollen drei von sechs Sendern wegfallen. Was denkt ihr denn, was das für Sender sind? Genau. Kultur, Kunst, Jazz, Radio wahrscheinlich. Was ja Kunst ist. Ja, genau. Dann noch ein bisschen Kunst am Mittag. Und Kultur am Abend. Kultur am Abend. Was aber bleibt, ist wahrscheinlich... Das Beste von heute, gestern und übergestern. Ja, genau. Die besten Hits. Wir spielen, wir spielen die besten Hits aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Und ich so... Boah, seid ihr innovativ. Wow. Da ist ja noch nie ein Radiosender draufgekommen. Das gibt es nur bei denen. Das gibt es ja nur bei denen. Die darfst du auf keinen Fall streichen. Da wollte ich gerade umschalten. Dann sagt er, stopp, 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 stopp. Wir spielen das Beste aus den 80ern, 90ern und das Beste von heute. Wow, okay, klar. Mensch, Glück gehabt. Genau. Es geht zu Lasten der jungen Zielgruppen. Denn schon seit Jahren werden die Bedürfnisse junger Menschen im Öhr vernachlässigt. So erreichen Radiowellen, die als jung gelten, wie etwa UFM, schon jetzt ein Publikum, das im Durchschnitt rund 30 Jahre alt ist. Die 14- bis 29-Jährigen ansprechen zu wollen, indem man eine große Digitaloffensive ankündigt, ohne eine konkrete Strategie vorzustellen, gleicht in seiner Planlosigkeit dem TikTok-Auftritt von Olaf Scholz. Ja, klar, der Öhr selbst muss sich bewegen. Viele Strukturen sind massiv überaltert, zu bürokratisch, zu analog. Da muss unbedingt Bewegung rein. Aber halt in die Verwaltung und nicht nur ins Programm. Da legt aber keiner den Rotstift an. Es ist ja viel einfacher, das auf die Produktion umzumünzen, weil dort halt die ganzen Produktionsfirmen und freien Mitarbeiter engagiert sind, die man gar nicht erst lästig kündigen muss. Ja, man gibt ihnen einfach keine Aufträge mehr. Wie praktisch. Ja, das ist halt auch so ein bisschen so ein... Von wegen Arbeitsplätze, ne? Ja, ich hab da mal ein bisschen Einblick bekommen. Ich darf da keine Namen zu nennen, aber ich hab mal bei so Produktionen, war ich mal mit in der Planung dabei. Und das ist ja echt interessant, ne? Also das ZDF gibt zum Beispiel, schreibt dann sozusagen aus, wir wollen ein Format so und so. Das kriegt dann irgendeine Produktionsfirma. Die Produktionsfirma sucht sich dann Content-Creator, Moderatoren, Autoren und so weiter, sucht das irgendwie zusammen. Und das sind so drei, vier Firmen und am Ende, das hat ja mit dem ZDF eigentlich nichts mehr zu tun. Ja, ich verstehe schon, wo das hingeht, die Reise, glaube ich. Also das heißt, bevor der ZDF eine eigene Stelle streicht, gibt er den Auftrag halt einfach nicht mehr, ne? Und dann kannst du halt da irgendwie sparen, aber dann wird das... Also dann sieht das schlanker aus, aber eigentlich hast du gar nichts geändert. An deinen eigenen Strukturen hast du nichts verbessert. Und das Programm hat sich nicht geändert. Weil dieses nicht beauftragte neue Format ja gar nicht kommt. Das kommt ja gar nicht. Notfalls musst du dann irgendwie nochmal eine Hitler-Doku ausspielen oder so. Ich weiß nicht. Verwaltung müsste man ja Leute regelrecht, boah, ich weiß nicht, rauswerfen und das ist halt sau unangenehm. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es sich die Politik und der Öhr wahnsinnig bequem darin gemacht haben, mit dem Finger einfach aufeinander zu zeigen und sagen, wenn der andere nur würde, dann könnte man ja, aber die wollen ja nicht und was sollen wir tun? Und hier mal noch ein paar kleine Fun-Facts zum Aufregen zum Schluss. Der deutsche Öhr ist das umsatzstärkste öffentlich-rechtliche System der Welt. Von 1995 bis 2023 haben sich die Gesamteinnahmen von ARD, ZDF und Deutschlandradio um 4,1 Milliarden Euro erhöht. Da die Inflation in diesem Zeitraum aber sehr viel stärker war als der Anstieg der Mittel, betrug der Kaufkraftverlust in diesem Zeitraum 38 Prozent. Hatte ich ja schon mal gesagt. Der Öhr hat zwar viel mehr Geld, kann sich aber wegen der Inflation immer weniger davon kaufen. Andererseits ist gemessen am Umsatz die ARD weltweit der 34 größte Medienkonzern überhaupt und hat allein... Das ist halt schon krass. Also ARD ist einfach größer als BBC, als irgendwas aus Tokio, Frankreich. Das ist schon crazy. Warum sind wir denn da auf einmal Spitzenreiter? Warum? Eins schon deutlich mehr Budget als der Öhr in England beispielsweise. Die BBC hat 6,5 Milliarden Euro. In Frankreich gerade mal 3 Milliarden und in Italien mit 2,5 Milliarden. Und mit diesem gigantischen Budget des Öhr, das weltweit einmalig ist, muss es möglich sein, ein Kulturprogramm mit Bewegtbild auf die Beine zu stellen. Es muss, das kann man mir doch nicht erzählen. Ihr merkt, es geht hier nicht mehr nur um den Dreisat. Es geht hier darum, wie diese Entscheidung offenbart, dass der Öhr seine eigene Zukunftsfähigkeit erwirkt oder gar keine Pläne für die Zukunft hat oder selbst an sich scheitert. Der Öhr, der soll vor allen Dingen unsere Demokratie stützen. Und ich glaube nicht, dass der Bergdoktor dieses Prädikat erhält. Und wenn diese Öhr-Kommission dann nach der fünften Sparrunde in ein paar Jahren da sitzt und der Öhr nur noch aus Verwaltung, Schlager und Krimisendung besteht, ja, wegen der Quote, dann werde auch ich den Öhr nicht mehr verteidigen, weil da nichts mehr übrig ist, was es sich zu verteidigen lohnen würde. Und damit zurück in die angeschlossenen Rundfunkanstalten. Was haltet ihr beim Öhr noch für schützeswert? Schreibt es mir gerne dort unten in die Kommentare. Teilt das Video gern mit Freund und Feind. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi Kowski. Und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Ich weiß, dass die Hälfte von euch nicht abonniert hat. Ähm, erwischt. So, komm hoch. Aber es liegt immer daran, das ist mein Cini-Macht-Auge-Kanal. Also ich abonniere viel mehr mit dem Haupt-Account. Also nur, damit ich mich hier einmal rausreden kann. Ja, und ich glaube, er hat sich auch versprochen. Können wir den letzten Satz nochmal haben? Ja, Moment, ich muss kommentieren, hat er gesagt. Hat er gesagt? Weiß ich nicht. Starkes Video, weiter so. Ja, genau. Und ich brauche nochmal gerade so die letzten 10 Sekunden. Weißt du, den bekommst du von mir. Wir sind hier nicht so. Kommentare, teilt das Video gern mit Freund und Feind. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi Kowski. Und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Ich weiß, dass die Hälfte von euch... Also stopp nochmal. Und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Achso. Wir sollen vergessen, den Kanal nicht zu abonnieren. Er wollte, glaube ich, sagen... Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich wollte wissen, ob er das nicht nicht gesagt hat. Er hat es aber gesagt. Aber an der falschen Stelle. Und das macht es trotzdem kompliziert. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Habe ich vergessen. Ich habe leider vergessen, den Kanal nicht zu abonnieren. Also hast du ihn ja abonniert. Das ist total weird. Was soll der weird ist? Hilfe, Mann. Im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüssi Kowski. Und vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Aber gut. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Okay. Hey. Was soll ich jetzt machen? Ich habe vergessen, was ich nicht tun soll. Aber Alex, geiles Video. Also stark. Ja, auf jeden Fall. Eine Hommage an die Kunst und Kultur. Auf jeden Fall. Oder ein... Plädoyer. Er sagt es doch. Wir haben... Es ging um die Erhöhung. Warum soll nicht erhöht werden? Ja, weil wir schon am Platz 1 sind. Offenbar. An Umsätzen. Wie nennt sich das? Weiß ich gar nicht. Einnahmen. Ja. Budget. Budget. An finanziellen Mitteln auf jeden Fall. Und dann soll da wirklich einfach einer von zwei Kultursendern gestrichen werden. Weil man ja keine Kohle hat. Ja. Bescheuert. Ne. Ne. So. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüss.